Hallo, herzlich willkommen. Ich sehe, du hast Lust auf ein Workout. Schön bist du mit dabei. Mein Name ist Severino und ich begleite dich durch das heutige Training. In den nächsten 10 Minuten steht der Rumpf, sprichwörtlich im Mittelpunkt. Für unseres Workout brauchst du kein zusätzliches Equipment, nur ein Meter und ein wenig Platz und schon kann es losgehen. Also, lasst uns doch keine weitere Zeit verlieren. Packen wir es an. 5 Übungen, 2 Runden. Wobei in der zweiten Runde werde ich euch kleine Variationen der jeweiligen Übungen zeigen. Wir haben 5 Sekunden, wo wir arbeiten, 15 Sekunden zum Wechseln. Ready? Legen wir gleich los. Wir gehen in den Unterarmstütz und bringen die Knie links und rechts zum Oberarm. Probiert hier die Hüfte ganz stabil zu halten. Mach das in deinem Tempo. Die Schultern sind über den Ellbogen. Und du kommst immer wieder in eine gute Plank zurück. Die Hüfte bleibt tief. Einlinie von Kopf bis Fersen. Gut. Wir gehen in eine sitzende Position. Die Hände kommen vor das Brustbein. Füsse kommen hoch. Wir drehen nach links und betreffen das linke Knie mit dem rechten Ellbogen. Kommen wir zurück. Linke Ellbogen nach dem rechten Knie. Denk dir an, hier eine kleine Bewegung zu machen. Insbesondere wichtig, dass du die Vorstellung hast, ganz gross zu sitzen. Vom Steinsbein bis zum Kopf so gross wie möglich. Wir gehen in den Stütz. Wir machen eine Liegestütze und einen Arm heben. Ready? In die Stütze kommen. Kontrolliert senken. Höch kommen. Drei, zwei, eins und absetzen. Tief, hoch, andere Seite. Drei, zwei, eins, absetzen. Drei, zwei, eins. Auch hier Oberkörper und Beine bewegen sich als Einheit. Rumpf sehr gut anspannen beim Hochdrucken. In den letzten drei, zwei, eins. Wir legen uns auf den Rücken, strecken die Füsse zur Decke hoch. Und wir gehen diagonal mit der echten Hand. Ausserkanten linken Fuss. Rollen immer über beide Schulterblätter ab. Und ziele immer auf den gleichen Ort des Fusses. Ob das jetzt die Ausserkante ist oder der Kniezehen. Oder das Fussgelenk. Und ziele immer auf den gleichen Punkt. In den letzten zehn Sekunden. Sehr gut. Und jetzt ist schon die fünfte Übung. Runde eins. Wir machen das folgendermassen. Wir sind in der gleichen Position wie vorher. Die Hand an die Knie. Und wir gehen diagonal. Strecken. Zusammenkommen. Strecken. Und zusammenkommen. So. Probiere mit dem Fersen und mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Wieder zurückkommen. Wenn dir das zu fest im Nacken zieht, dann ruhig den Kopf ablegen. Auch in den Für zu fest. Und einst du wieder zurück. Natürlich mehr Kraft nötig, wenn du das einrollst. Wohin. Wohin. Weiter an die letzten zehn Sekunden. Wohin. 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 So. Das war die erste Runde. Wir gehen wieder vom Start in den Unterraum, jetzt eine kleine Variation, wir gehen in den Stütz und wir gehen hoch und tief, hoch, Knie zu den Ellbogen und tief, Knie zu den Ellbogen. Hoch, kraftvoll, führte sich das Knie. Gut, so, Russian Twist, seht ihr wieder an, stellt euch schon mal gross vor. Hände vom Brustbein, das Ruge legen und wir gehen. So, wenn das sehr gut geht, kleine Variationen an, wir gehen raus, erheben, höch, tief hoch, wechsel, höch. Spür die Spannung, aber spür auch die Grösse. Von Steinsbein bis Kopf, so gross wie möglich. Gut, so, Zeit für die zweite Runde Liegestütze. Das behalten wir genau so. Die Variante natürlich immer auf den Knie. Okay? Ich zeige das auch hier kurz vor. Wenn dein normaler Liegestütz nicht geht, dann vielleicht ohne Knie runter. Knie absetzen, hoch, Knie weg, heben. Oder Knie am Boden. Push-up. Arme anheben. Find deinen Weg. Schlaf beim Rumpfen. So nun noch zwei, also so schnell geht es. Wieder auf den Rücken, Füße höchst, so ein streck wie möglich, und in der Mitte behalten. Oh mein Gott! Ziel zur Decke. Mit jeder Bewegung atmen. Gut, gut. So, und zum Abschluss noch etwas spannender machen, machen wir einen letzten mit gestrickten Beinen. Das heisst, anstatt mit angewinkelten Beinen, gehen wir hoch, rollen ein und senken von ganz oben, ganz runter. So. 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 So.